Hallo liebe Outdoor-Freunde, hier ist der Rogo von Naturinstinkte und heute stelle ich euch das Buch von Thomas Ralf vor. Dein Messer, der Wald und du. Was, ich? Ja, und du. So ist der neue Titel. Ja, den Thomas, den kenne ich schon sehr lange, seit er mit Buschkraft da so eingestiegen ist. Wir haben uns sofort geschrieben. Wir haben zusammen das Buch geschrieben, selbst geschnitzt, vom Löffel bis zum Rindentopf. Der war schon zwei, dreimal hier und das war jedes Mal eine absolute Bereicherung. Also den Thomas, den schätze ich als Menschen und als Buschkrafter sehr. Das ist immer wieder, das trifft immer wieder auf fruchtbaren Boden bei uns. Also Thomas, sehr gut. Hier drin hat er geschrieben, dass er zwei Jahre daran gearbeitet hat. Da weiß ich, wie viel Mühe da reingeflossen ist. Ja, und das ist einfach schön, so ein Buch mal vorzustellen. Und vor allen Dingen, weil ich das auch genauso mag, diese ganzen Geschichten hier. Er hat da wirklich ziemlich viel aufgegriffen. Wirklich so ein handwerkliches, viel handwerkliches. Das geht schon los bei... Ja, am besten ich zeige es sich gleich mal. Ein paar Bilder. So, das Schöne an dem Buch ist, es ist wirklich vielseitig. Und jeder, der gerne rausgeht und Buschkraft betreibt, der wird sicher seinen absoluten Spaß haben. Das Buch ist von Cosmos Verlag, kostet 18 Euro und hat 174 oder 75 Seiten. 175, genau. Leben im Waldcamp, Lagerplatz, wichtige Buschkrafttechniken, Umgang mit dem Messer. Ohne Messer geht es nicht, Ausrüstung. Also das geht los von, was nehme ich mit in den Wald für einen Tag. Bis über, ja auch Nachhaltigkeit. Kein Dreck im Wald lassen, den Müll wieder mitnehmen, mit Kindern. Also hier ist wirklich allerhand dabei. Sogar so ein bisschen verschiedene Messer werden hier vorgestellt. Schneidewerkzeuge, Sägetechniken. Also das ist absolut vielseitig. Was kann ich mir draußen bauen? Hier Glutbrennen, Holzspalten, Säge herstellen, Werkzeuge bauen, Rucksack bauen, Kabelwerkzeuge, Spalttechniken, Tarpaufbau, Taschen aus Baumrinde, Kleber herstellen, Schnüre flechten, Knotenkunde. Ihr seht, absolut genial. Für mich ein absolut empfehlenswertes Buch. Ja, für alle, die gern draußen sind, ob Anfänger oder schon erfahrene Leute, das ist ein absolutes Muss. Ich bin total begeistert. Vielen Dank nochmal an dich, Thomas. Der hat auch einen super YouTube-Kanal, der Thomas. Also für alle, die gern Buschkraftsachen sehen wollen, so wie auf meinem Kanal, da seid ihr auf jeden Fall richtig. Also für mich eine ganz klare Kaufempfehlung. Schreibt euch das Buch an, geht raus und dann sehen wir uns draußen wieder. So, schöne Grüße, danke fürs Reinschauen und bis bald, euer Roggo. Ciao. Myaso. Untertitelung des ZDF, 2020